Unter über acht Milliarden Seelen gibt es keine so wie dich auf dem Planeten, weil nichts in diesem Universum gleich ist. Keine Schneeflocke gleich der anderen. Es braucht nur noch deinen Mut, deine Blüten zur Entfaltung zu bringen. Und wenn deine Blüten in einer vollen Pracht entfaltet sind, wird die Welt auf deine Schönheit, auf deine Individualität reagieren. Also finde den Mut.